Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Bis hierher lief's. Bis hierher lief's. Bis hierher lief's. Ihr seid doch alle nur Mörder, ihr könnt schießen, wer heute ist das eigentlich, ihr habt Wappen, ihr habt nur Steine. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020